so herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme von mia automata ich muss gestehen ich habe schon bis zum bosskampf vorgespielt damit wird das nicht dreimal haben das heißt die neue aufnahme geht jetzt direkt an den boss fight los wird können dass wir auch sehen hier stehe ich schon zack alles bereit für den großen kampf ich habe versucht so viel energie wie es geht bisher her zu behalten wir können ich muss es noch mal wiederholen ich weiß noch nicht wie ich die ersten anderthalb stunden dann als folgen schneide vielleicht mache ich einfach zwei große folgen für den anfang dass es nicht so ewig nur um den ersten teig geht aber auch wurscht jetzt wie gesagt wir können nicht speichern müssen diese zwei gegner besiegen habe ich extra nachgeschaut woher können wir nicht speichern das heißt blöd wie es klingt wir müssen das in einem zug geschaffen das ist inzwischen schon der dritte versuch und sollte ich das jetzt nicht schaffen da muss ich gestehen werde ich auch leicht schalten während noch mal hierher spielen und dann sagt man es wirklich schaffen wenn man es dann nicht schaffen geht das spiel zurück so ja jetzt langweilig oder war oder ein screenshot machen so b ist sie bereit für den großen kampf wir sind auswärts bereit ja ich würde sagen eine kleine helferlein hier ist auch bereit und wir schaffen das jetzt kein problem wir machen das ganz easy hier so es ist es ist eine und hier ist es 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 Boah, diese 30 FPS in die Sequenzen, das ist einfach so weserlich. Ohne Scheiß. Das könnte so schön aussehen. Ah, komm schon, das ist doch nicht wahr. Komm schon, wir müssen diese Scheiße doch mal kaputt kriegen. Komm schon, wohin, 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 wohin. Oh, ich glaube, so lange haben wir die nie durchgehalten. Das sieht echt gut aus. Ich weiß gar nicht, ob das ein Gegner ist, von dem wir die Lebensanzeige sind, oder ob das beide sind. Was, 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 was ist jetzt? Oh, oh, was passiert jetzt? So, wunderbar, nur die Leben noch gar nicht. Was passiert jetzt? Jetzt waren wir die zwei schon überfordert, jetzt holt ich noch irgendwas hoch. Ach, kommt schon. Ach, wirklich? Fucking ernst? Ach, komm schon. Kollege, lass uns doch drüber reden. Stufe 6. Geht klar? Geht klar? Ach, komm schon. Ja, trifft doch einfach jedes Mal. Ja, trifft doch einfach jedes Mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aber wie lange soll ich denn hier drauf halten? Was zum, was zum Henker soll das? Oh, wir kriegen Verstärkung. Komm schon, komm schon, komm schon, wir schaffen das. Lauter machen wir. Zack, los. Nein! Ach, komm schon. Oh, was soll denn der Scheiße? Was für, nein, ja, geht klar. Du bist doch überhaupt nicht ein bisschen viel zu groß für uns. Alter, wir haben noch gar keinen Schaden weiter gemacht. Ach, fick dich doch einfach. Fick dich. Ja, tut er wieder von unten, oder was, ja. Das macht einfach so gut wie keinen Schaden. Das macht einfach so gut wie keinen Schaden. Das macht es so gut wie keinen Schaden. das sah nicht gut aus wir wollen das nämlich überleben wir folgen dem screenshot kurz warten bis das menü weg verschwinde jetzt geh schon weg da oben weg absache auf dem gegner sind sich noch mehr gegner hier bestimmt nicht ich will ja nirgendwo runterfallen wir machen die scheiße noch mal wenn wir runterfallen ach so jetzt der zimmer da steht wieder auf habe ich recht das war doch so klar es war einfach so fucking klar ja hier noch ein paar von den handeln kamera ich sehe nicht viel wie sieht es eigentlich aus wir haben noch fünf kleine vier mittlere und eben großen das ist schon echt übel aus und studie mit gar nicht gesehen ja stufe vier wie geil stufe vier wir haben es endlich etwa vielleicht mal vor bosskampf gebrauchen können wo geht es weiter so wie ich weiß nicht ob der goliard ja goliard ob der jetzt irgendwie defekt ist oder warum da nicht mehr kämpft und aber einfach nicht weiß dass wir hier auch die klappe nein 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 komm und tschüss naja komm halt die klappe ja aber erst haben wir das ein das sieht aus wie eine gute pose für screenshot lass mich ein screenshot machen das ist ja nur ein screenshot nein meine kamera inte das ist es jaja die die nicht zumindest близ die bis panten die wenn doch Diese 30 FPS, das nervt so übel. Leute, ich hoffe. Ich habe 30 FPS, so übel. Diese Maus andauert hier im Bild, oder? Die Naus verschwimmt. Oh Gott, ich will nicht gegen den Käfer. Aber wenigstens machen wir jetzt wenigstens ein bisschen Schaden hier. Oh Gott, ich weiß nicht, dass die Maschinen diese Art von Intelligenz hat. 2B, ich habe einen Schaden in der Schaden. Was? Komm schon, komm schon, komm schon. Was für eine Steuerung am Oberarm, wo denn? Was? Kontrolle! Anfänger von der Schaden. Anfänger von der Schaden. Marking Wegpoint. Mach es. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh ja los Was hast du jetzt davon du hässliches Vieh Und zack kommt gibt es eine Jawohl You just Die already Talk about Bringing the battle to them A2B Contact command Request assistance No It doesn't look like that's Going to be necessary Oh great Oh what the fuck I don't imagine that this is going to end well the black box it's ready right Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction Request accepted Request accepted Request accepted A1B A1B A2B 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 A3B A3B ok aber ich ähm Speichern möglich Speichern möglich Oh Ja 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 Guck mal da freut sie sich Da freut sie sich die kleine Oh 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 mein Gott wie geil Ja Wie geil ist das denn? Wir haben ihn gespeichert. Ich habe ihn noch nie so über den Safe gefreut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist... Oh, wie geil. Endlich. Oh, wie geil. Aber was... Was ist jetzt passiert? Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Wir haben auf jeden Fall Wir haben den Goliath gefunden. Leider. 9S wurde schwer verwundet. Wir haben mit seinem Flugding Teil den Goliath besiegt. Und es sind noch vier weitere Goliaths aufgetaucht. Aber Wir haben damit mit unserer Blackbox praktisch eine Explosion ausgelöst um die anderen Goliaths. Ich werde mal das Geläusch für die Screenshots ausschalten. Und dass wir die Xbox Notifications sehen. Das liegt an dem Special K was wir hier für den Widescreen Fix benutzen. Der zeigt aus irgendeinem Grund zeigt da auch die ähm äh 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 na sagt schon die äh äh die 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 na die Xbox äh die Playstation Notification wir können mal schauen wenn ich hier bin äh wie war das so würde die vielleicht irgendwie ausschalten können weil nervt schon ein bisschen wir haben ja schon die von Steam die das reicht völlig zu brauchen ja nicht ups nicht jedes Mal äh zwei Notifications ähm 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 disabled so jetzt dürften wir eigentlich nichts mehr kriegen ähm 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 wie wieso hallo ich weiß nicht wo wir sind oh ein Raum wo unser Name draufsteht ach ja irgendwie haben wir eine Karte unten ah ok zubi zubi äh 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 will ich da rein will da rein will da rein will da rein probieren wir mal kurz die äh 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 na gut äh weiter weiter seien wir noch nicht rein zu dürfen da nichts wo wärs das 9S 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 äh 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 9S 9S hat praktisch unsere und seine äh äh sein Gedächtnis an den Bunker geschickt in dem wir jetzt wahrscheinlich sind äh und dadurch konnte praktisch unsere Erinnerung wieder hergestellt werden und wir haben praktisch die Erlaubnis vorhin mit der Blackbox mit der Explosion angefordert äh äh unseren Androiden zu zerstören dieses Spiel nutzt Online Funktionen für sein Nachrichtensystem mit dem was? mit dem Internet dies kann stets im äh 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 so 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 ja wir möchten speichern immer Ladesystem neben Seiten in grün Blackbox separator normalüberfügung der verbleibenden Energie 100% Systemüberprüfung abgeschlossen 12 A.D. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end. When the world was invaded by aliens from beyond the stars, the aliens unleashed a new breed of weapon, machine lifeforms that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remain fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 A.D. Humanity. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Gibt es deinen grünen Blackboxer mal normal? Energie 100%. May he be long des light. Recovery. Am Imap? Kiahie. 裲oran. quá o choix ar cu Vielen Dank. Um, no, okay. Sam? Are you there? Can you hear me? Uh, hello? All right. Are we good now? Yeah. Oh, thank you. Anyway, that takes care of the settings. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a second. We need to restore them. I could send it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Oh, self-destruct? Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Good morning. 9S. 9S. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. Uh, all right. If you say so. I don't remember. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. Er, 2B. Okay, okay. Sehr interessant hier alles. Was passiert dann, wenn wir pausieren? Wir dürfen speichern. Jaaaa. Die Fortsetzung? Jaaaa.